Nach einer erneut schmerzhaften 1 zu 3 Niederlage gegen den FC St. Pauli steckt der FC Schalke 04 in einer tiefgreifenden Krise. 7 Spiele, 7 Punkte, 15 Gegentore und der 16. Platz in der 2. Liga. Und natürlich ist es dann auch wenig überraschend so, dass Thomas Reis massiv in der Kritik steht. Mittlerweile machen ja auch erste Gerüchte die Runde, dass Thomas Reis das Vertrauen in Teilen der Mannschaft verloren hat. Und ja, erste scharfe Kritik gab es da ja auch von Timo Baumgartel in einem Interview bei Sky, welches in meinen Augen ein weiterer Tiefpunkt in der ohnehin schon angespannten Lage beim FC Schalke 04 darstellt. Schon in den letzten Wochen gab es ja Gerüchte, dass einige Spieler eben nicht mit der Spielphilosophie ihres Trainers einverstanden sind. Timo Baumgartel hat nun erstmals öffentlich angesprochen, was der ein oder andere Spieler vielleicht schon seit längerem denkt. Anstatt sich vor dem Trainer zu stellen, sagt er folgendes, der Trainer gibt uns einen Plan vor, aber es ist auch schwer für uns diesen umzusetzen, da wir immer wieder in diese problematischen Situationen geraten. Gemeint ist damit die Spielweise, die gegnerischen Spieler in 1 gegen 1 Situationen zu verwickeln, was allerdings immer wieder insbesondere gegen spielstarke Gegner in die Hose geht und eben dafür sorgt, dass die Schalker in Bedrängnis geraten. Zwar hat sich Baumgartel mittlerweile für dieses Interview entschuldigt und sind wir mal ehrlich, sowas muss man zwingend besser für sich behalten und intern ansprechen, wenn dann. Entsprechend wurde er auch zu Recht damit bestraft, dass er die Woche mit der U23 trainiert. Dennoch ist das auch schon ein erster Offenbarungseid, dass Reis intern bei den Spielern zumindest mal beim einen oder anderen kritisch gesehen wird. Unter anderem berichtet die Bild, dass innerhalb der Mannschaftsteile das Vertrauen in Thomas Reis verloren geht. Und wenn das wirklich so sein sollte, dann bedeutet das, dass auf kurz oder lang eine Kehrtwende unter der Führung von Reis möglicherweise nicht mehr zustande kommen kann. Die WAZ spricht ebenfalls von unübersehbaren Rissen zwischen Coach und Mannschaft. Dennoch wird davon auszugangen, dass Thomas Reis zumindest mal zwei Endspiele bekommt und zwar gegen die nächsten Gegner Paderborn und im Heimspiel gegen Hertha BSC. Und aktuell ist es ja auch immer noch so, dass André Hechelmann öffentlich weiter das vollste Vertrauen an Thomas Reis ausspricht. Auch nach der zuletzt bitteren Pleite bei St. Pauli. Doch was ist, wenn jetzt auch die nächsten Partien in die Hose gehen? Dann wird es wahrscheinlich ziemlich eng werden für Thomas Reis. Da würde ich dann auch gerne mal an euch weitergeben. Was sagt ihr? Sollte Schalke an Reis festhalten, wenn es weiterhin bergab geht? Oder sollte man langsam die Augen nach Alternativen offenhalten? Aber wer sind dann die Alternativen und ist Reis wirklich alleine verantwortlich? Denn wenn wir mal ehrlich sind, muss man auch ganz klar die Transferpolitik hinterfragen. Denn wie auch schon in der vergangenen Saison, fehlt es Königsblau immer wieder an Spielern, die beispielsweise über Außen ein hohes Tempo gehen können und das 1 gegen 1 suchen. Tobias Mohr scheint nur im Training und Vorbereitungsspielen zu funktionieren. Kuzuki scheint nicht den nächsten Schritt zu gehen. Karaman fehlt klar das Tempo für dauerhaft Außen. Einzig der Verletzte, Brian Lasme, wäre da noch hervorzuheben. Und auch defensiv sieht es ja bei Schalke recht dünn aus. Was, wenn Ovejan oder Brunner sich mal verletzen? Deswegen würde ich da vielleicht sogar eher mal einen Peter Knebel vor die Tür setzen, wenn ich ehrlich bin, der sowohl für die Trainerentscheidungen der letzten Jahre als auch großen Anteil an den schlechten Transferfenstern hatte. Ruven Schröder wurde vergrault. Danach folgte die peinliche Beerdigungs-PKA. Er war für Frank Kramer verantwortlich, der ein Flop auf Ansage war. Ich würde sogar sagen, dass ein Trainerwechsel wahrscheinlich überhaupt nichts bringen würde, solange Knebel noch da ist. Und aus Schalkers Sicht befürchte ich, das wird sich erstmal nicht ändern. Vielleicht sollte man sogar eher hier die Reißleine ziehen, bevor es 2024 dann zu spät ist. Oder zumindest mal sagen, wenn Reiß raus, dann auch Knebel raus. So zumindest meine Meinung zu der aktuellen Lage auf Schalke. Aber wie gesagt, schreibt mir da auch gerne mal eure Meinungen in die Kommentare. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir behalten die Situation mal weiter im Auge. Und bis dahin, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und bleibt am Ball.